Okay, machen wir erstmal weiter, so. Ach stimmt, Biolabs sind wir jetzt, ne? Fuck off. Den Bereich mag ich irgendwie gar nicht. Zumindest als ich ihn ja zum ersten Mal gespielt habe, weil der sehr verwirrend ist. Zu einem gewissen Teil ist der echt recht verwirrend. So, haben wir unsere neue coole Waffe, die wir mal ausprobieren. Zumal, oh, wir haben Zeug. Okay, oh, ja. Okay, oh, ja. Okay, oh, ja. Okay, hm, was hatte ich da reingetan? Das ist nochmal so ein Zeug, dass ich nicht unbedingt mag. Ja, Gain ist ganz gut. Consumption ist nicht schlecht. Stamina brauche ich nicht unbedingt, glaube ich. Mal schauen. Ah, Decay ist jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel Gain. Mach mal Gain. Okay. Okay. Ah, haben wir mit der schon gesprochen? Ich glaube nicht. Oh. Okay. Dann reden wir halt nicht mit der Frau. Beim Boss der Security. Okay. Okay. I'm freaking out here, Doc. Sagst du schon. Stille Frau. Ne, Doc. Ne, Doc. Ne, Doc. Tja, dann gehen wir halt nicht mit. Attention, please. Attention, please. Moment. Wie greift man nochmal an? Ich spiele in letzter Zeit so viele verschiedene Spiele. Ich habe mir zum Geburtstag Nio gekauft. Ich spiele nebenbei noch Bloodborne. Jetzt dann Livestream mäßig Dark Souls und The Search. Und die haben alle eine andere, äh, alle eine andere, äh, Steuerung. Kommt mal Sau durcheinander. Gebiets, wo man reinfällt. Hm. Okay. Shoot. Dankeschön. Kack Roboter, ey. Okay, Metall wieder. Wunderbar. Aber ja, Neo habe ich mir gekauft. Ein bisschen gespielt bisher. Ist auf jeden Fall jetzt nicht schlecht. Da war ein Loch im Boden. Da war ein Loch im Boden. Gut. Nein. Nein. Mir egal. Okay. Da drüben kann ich noch nicht rein. No. Okay. Ich bring's noch, um uns da hier hinzugehen. Okay. Wenn ich das mache, müsste ich reinkommen. Und da drin ist Auto 8 V2. Das ist... Das ist... While near death regenerates health 3 Leben pro Sekunde und Energie naja wenn ich sie nicht brauche kann ich so wieder gegen Metall tauschen so aufpassen da kommt gleich ein Jumpscare die Kombos in dem Spiel sind so dämlich beziehungsweise die Angriffe sind im Spiel so dämlich weil du drückst drückst ein paar Mal auf die Angriffstaste und machst sauviel sauviel Angriffe ich weiß irgendwie irgendwie so komisch automatische Kombos irgendwie das ist sau dämlich so ich weiß gar nicht was da hier unten war da konnten wir jedenfalls nicht weit zuerst mal es liegt aber auch nix um Mokke also unnötig erst mal wohl da hier ist was wie komme ich da hin wie käme ich da hin oder hier ist Drohnen Zeug das kommt erst später wo ist jetzt wo ist denn die ach da unten schön ich sage wo ist denn die Bye spray ich sehe mit würde ich sehe weiß nicht was das ist irgendwas ist ich kann mich nicht richtig bewegen und meine ausdauer fühlt sich auch nicht auf ich weiß nicht warum so dass hier unten irgendwie irgendwo irgendwo oder vielleicht komme ich später irgendwie anders dahin keine ahnung naja egal hier oben ist nichts weiter moment von hier aus runter springen ist nicht sehr sicher aus ok was ist das electrodes wir sind zwei ok forschungsabteilung naja forschungsabteilung ist bisschen fies naja ich drücke schon wieder die falschen tasten ich bin an andere sachen gewöhnte ok ok nein ich wollte ihm arm weg machen ich bin ein ich bin ein ich bin ein Ich muss mich ernsthaft erstmal wieder an die Steuerung von Surge gewöhnen. Das ist halt komplett anders als in Nioh und das ist das Spiel, das ich jetzt als letztes gespielt habe von den Souls-ähnlichen Dingen. Ehhhhhhhhh. Besonders ich drück einmal und er greift zweimal an. Dämlich. Dämlich. Ich bin lustig, man. Ich kann mir jetzt nicht draufstellen. Ich bin lustig, ich bin lustig. Ich bin lustig, ich bin lustig. Ich bin lustig. Resolve Biolatch. Da treffen wir uns, da treffen wir jetzt auch zum ersten Mal richtig auf diese hundeähnlichen Dinge. Die sind richtig kacke. Ich bin noch gesprungen. Nein, ich runter... Fuck. Fick dich. Fick dich und... Blablabla. Gelagert. Erstmal Abkürzung und Feuchschuld. Nein, ich kann nicht nur... Ah, stimmt. Da muss ich erst da hinten das aufmachen. Ganz schlecht. Schaffste. Schaffste! Da! Yes! Ah! Mach auf! Danke! Tschüss! Tschüss! Ist der runtergefallen? Gestorben? Sieht fast so aus. Das ist ja schon. Okay. Okay. Geht das jetzt? Okay. Okay. Implant. Was? Energy restore. Injectable, which provides a burst of energy. Nein, brauche ich nicht. Weg damit, brauche ich nicht. Äh, was war das vorhin, wo ich gemeint habe? Das brauche ich... Das da. Brauche ich nicht. Mehr Heilung wäre nicht schlecht. Ich glaube fast, ich habe im letzten Gebiet saumäßig viel Heilungsdinger. Zumindest ein Sohn-Ding, das mich instant heilt, irgendwie verpasst oder so. Aber es kommt mir ein bisschen wenig vor, dass ich jetzt im Moment nur drei Dinge habe. Beziehungsweise ein Injectable, das mir drei Heilungsdinger gibt. Ich bin nicht gezwungen, zu stopieren, aber es ist nicht recommended, dass du die Operation verlassen. Mir egal. Gut. Zum Glück weiß ich jetzt schon, wo ich lang muss, weil als ich das gefunden habe, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, das hat ewig gedauert. Da ist nämlich hier ein kleines Loch. Da muss man rein. Oh. 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 Also. Oh. 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 So, ich gehe in den Zendon. So, da kommen wir nicht rein. Das ist kaputt. Aber da drüben ist was. Was haben wir denn? Metall wieder mal. Das Scheißding lebt da unten noch. Moment, das heißt, da kann man runterfallen. Und weiterlaufen. Interessant. Da liegt auch was. Jetzt frage ich mich nur, was, wo das da unten ist. Ey, Scheiß drauf. Oh, schöne Kamera. Fuck. Oh, oh, oh. Ach, das ist da. Ja, okay, ist nicht schlimm. Äh, nicht schlimm. Oh. 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 Das. Ja, 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 komm, still. Ist ja ganz schön um so weiter, aber auf Dauer geht es echt auf und sagt, was die sagt. Das giftige Zeug auf dem Boden macht sauschnell so viel Schaden, das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ach, hier ist doch die komische Frau, oder? Wei! Ah, noch einer. Das ist aber nett. Vielleicht drei Leute. Wenn wir zwei Leute und einen gucken. Robo Drohne. Nein! Nein, ich will mich noch heilen. Ja, bleib ich halt in Ops. Ich spiele das Spiel nie zu Ende, Frau. Meine Fresse. Nein. Ich kenne dich. Ich muss dahin sein. Ja. Mach 2 Zeug, also kann ich immer noch nicht, selbst wenn ich hier die Leute farben kann ich meine Waffe nicht verbessern, so ein Scheiß Für eure eigene Sicherheit, evtl. die folgenden Sektoren, die Oratorien und die Greenhouse-Affizierung Gut, scheiße Was ist das? Recapacitator oder so was? Keine Ahnung Gut Aggression Amplifier, ich brauch Heilung, ihr Säcke Ok, ich krieg hier nur Mach 2 Scheiße, sollte ich vielleicht erstmal die Arme Ausgerüsteten Arme angreifen, damit ich mein, oder, das war ein Arm, oder, der mir noch fehlt Ja, dass ich den anderen wenigstens, den anderen Arm, den ich hab, wenigstens aufwerten kann Ok, ne, hier war doch nicht die, meine Frau Oh Schaut sich was an Kein Gegner sonst zu sehen Oh 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 Ok Na Was haben wir hier, neue Waffe Fenris A7 One-handed Ah ne, Einhand-Axt Interessant was es hier so gibt Ok Da ist, dummer Robo Ok, hier ist Metall Es wäre sehr, sehr schön, wenn man den, wenn der Scheiß den mal kaputt gemacht hat Wenn der auch irgendwann mal die spawnen würde, damit man was sieht Oh Wo ist denn denn hier? Nicht gut, da ist Hund Nein Der Hund ist noch weg Ist noch kaputt Ok Ok Jetzt ist Hund wach Nicht gut Mein dritten lag noch was Dreck 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 Ne, komm mal Hui Das ist aber nett Versteckte Sachsichter Versteckte Sachsichter Noch mehr Metall Das ist aber schön Heilung wäre schön Sehr informativ Hahaha Witzig Oh 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 Aaah Oh 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 No, ich wollte ihn nicht töten Ich wollte ihn nicht töten Ich wollte nicht egal Waaat? Ich bin nicht ein Widerspruch. WHAAT? Ich will nicht schrecklich. Ich will nicht schrecklich. Schrecklich! Na, haben gleich Abkürzung im Ofen. Denken klopft wer. Okay, da läuft jemand. Ah! Hund! Noch ein Hund. Fuck! Warum kann ich das sonst... Ah, da ist erst Zeug, das ich aufmachen muss. Oder overchargen muss. Oder sowas. Ach, fuck. Könnte ich den wenigstens... Nein, mir fehlt eins. Oh! Was haben wir denn? Ah... Nein, das ist so, ich bin nicht nur ein bin. Ich bin auch hin. Ich bin schon mal hier. Ich bin schon wieder da dran. Ich bin schon mal wieder ne? Das ist glaube ich ja. Ja. Das ist ein bisschen besser, glaube ich. Wir fischen sie raus. Ja, okay, das ist ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen Schaden, den ich verliere. Nicht so schlimm. Jetzt kann ich, habe ich irgendwelche... Ich habe Dinger, die ich nicht brauche. Na, die behalte ich erst mal. Halt den Mund! Ich wünschte, ich würde an sich mehr Schaden machen. Mit den Waffen. Weil die sind eigentlich ganz cool. Bloß DPS mäßig sind die jetzt nicht so super. Irgendwie. Und... Die haben halt nicht so eine Wucht, wie jetzt die andere Waffe, die ich vorher benutzt habe. Und... Deswegen sind die aktuell eigentlich fast ein bisschen... Insgesamt schlechter. Gehen wir mal da hoch. Okay, hier komme ich nicht rein. Also muss ich den Aufzug erst mal rufen und auf den Aufzug warten. Das ist sehr schön. Naja, der Schlechtspiel war noch was. Ops! Ich habe mich aus Versehen geheilt, weil ich an andere Spiele gewohnt bin, dass man damit der rechten Kacktaste rennt und nicht mit A. Er hat eine Art psychotische Kacktaste. Er wird total verabschiedet von Rianne. Wir haben seit einem Jahr über ein Jahr gelebt. Ich meine, wir sind die Entwicklung-Team und er ist unsere Software-Soluzungen-Lead. Aber er sagt, dass seine Gedanken nicht seine eigenen sind. Dass jemand da mit ihm ist. Schreckliche Dinge. Aber nichts, richtig? Ich habe so viel... Ich habe inzwischen wahrscheinlich so viel... Fuck... ...Taxen-Aloy-Mark II. Ja, 42 Dinge. Es wäre schön, wenn wir die wenig... Wenn wir die irgendwie verkaufen könnten oder so. Oder halt zerschrotten könnten, damit man... ...Zeug rauskriegt. Aber nie. Den sch... Soweit ich weiß, ist der Scheiß für immer da. Wenn du den nicht verwendest. Zum kurzen. Ah! Dankeschön, Alter. Dankeschön, Alter. Alter. Jonah Gutenberg! Echt! Der ist nice. Gläubig. Genau. Gib mir Arm. Gib mir deinen Scheiß-Arm. Danke. Bis wieder. Willkommen. Zurück. Genau. So. Was muss ich machen? Da drehen wir, glaube ich, irgendwas. Ja! 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 Da muss ich... Boop, boop, boop! Da muss ich... Boop, boop, boop! Komische Cloud eingeben, warum auch immer. Pfff! Boop, boop, boop! Nein! Yes! Ja! Abkürzung ist offen! Wie war es ohne dich? Traurig. Einsam. Ich will ihn mit dabei entscheiden. Ich will ihn mit dabei. H очень unterstützen. A Ha Ha Ha! Und wir haben Abkürzung offen. Ach, das ist schön. Ach, das ist dein Mann. Ich will dichką machen. Endlich mal ein anderer Satz. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Geh weg. Ah, jetzt sind die komischen Flammenwerfer-Typen da. Die sind doof. Danke. Äh. Oh, hey. Das war zu viel für das Spiel. Das war ein bisschen zu viel auf einmal. Ha. Das hatte ich noch nicht. Spiel stürzt ab. Na ja. So, mal schauen, wo wir, wo wir jetzt landen. Hier. Dann direkt an die Griffe. Jo. Tja. Boa. Yes. Nice. Immer noch Mag 2. Scheiße. Jo. da oben lag bestimmt noch ein bisschen mehr rum aber ich gehe mal in sicherheit alles klar was ist das Endurance Enhancer Version 3 den könnte ich eventuell ausrüsten hier ist die frau da kann ich nicht die scheiß Scheinwerfer bringen auch einen scheiß Trick bringen nur was wenn du stillstehst das ist was hatte der für eine coole Rüstung eine sehr starke Rüstung alt und der andere Hey Matsch fröhlich weiter vorsichtig Finally ne ne ok guter Flammen werfen man abtrennen los nice jetzt habe ich jetzt habe ich Dialog übersprungen weil ich das aufheben wollte ist halt geil wenn du die wenn das wenn du beide Aktionen auf die gleiche Scheißtaste legst die wollten dich grad umbringen alte meine Fresse und ach es ist einfach nicht gut genug genug zu haben mich aufheben und blacklistet nein kann ich dich umbringen was zur Hölle machst du? du Maniacke oder auch nicht keine Ahnung Powercore oder charge out of reach power circuits Ah nice willst du noch reden? Ah die kann sterben stoppt die was Passieren jetzt kann ich Töne aufmachen andere Töne die ich vorher aufmachen konnte yeah Abkürzung Wunderbar ich weiß nicht ob ich die vorher irgendwie noch gebraucht habe die Frau oder so aber jetzt ist es zu spät jetzt ist er tot wie gesagt passiert ich bin hier im verkackten dritten Gebiet und ich kann keine Mark 3 Scheiße farmen jetzt zum Kotzen ist aber bloß 16 ja ist ganz ok ich hab mich nicht ich hab mich ich hab mich eigentlich recht gut eventuell das temporär mal austauschen Geht mir eine Viertelstunde, hab ich noch knapp. Wechseln. Ja, dankeschön. Mal schauen, was ich noch so machen kann. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Frau. Komische Frau. Ohhhh. Möschung. Wie hat die Drohne die getroffen? Komm. Frau hat Angst im Keller. Mag nicht mit runterkommen. Sack. Genau das wollte ich nicht, dass der scheiß Hund aufwacht. Ahhhh. Gut. Alter, was passiert hier? Waaah. Der hat sich durch die Treppe geglitscht. Auch nice. So, ein kaputtes Spiel. Was ist denn das? Oh. Ah. 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 was das macht. Irgendwas wird es schon bringen. Das Rohr geht da hier rein und jetzt vielleicht was in dem anderen Raum machen. Na die Tür vielleicht auf. Möglicherweise war das das, was es gebracht hat. Und das Reclamation Body. Ja das ist schön. Ich hätte bloß gerne mehr Heilung. Mal so angemerkt. Im kompletten Gebiet habe ich keine Heilung gefunden bisher. Es geht leicht auf den Sack. Wenn ich eh schon so knapp bin mit dem Zeug. Flammenwerfermann. Tuxen Alloy Mark 3. Ist das denn genug? Jonah Gutenberg. Den kenne ich. Mit dem Ausdauerupgrade habe ich jetzt wenigstens genug Ausdauer um eine, mehr oder weniger eine volle Combo zu machen und in der gleichen Combo dann die Möglichkeit zu haben, Sachen abzutrennen. Schönen. Der Kampf? Welcher Kampf? Woher hab ich? Ah. Sack. Ruhe. 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 Oh. Sollte ich gerade schon wieder mit B rennen. Hätte mich fast wieder geheilt. Hätte ich ein bisschen weniger Leben gehabt oder allgemein weniger, weniger, pfft, shit. Oh, da liegt was. Gut. Oh, nice. Ich greife an. Puh. Poste Security. Alles klar. Hier liegt nix. Jonah. Ich habe gehört, der heißt mit Nachnam Gutenberg. Ja. Adjust Power Zell. Keine Ahnung, was das ist. Buff, dass ich elementalen Schaden mache. Interessant, brauche ich nicht. Mehr Tech Scrap. Uh. Das könnte hilfreich sein manchmal. Da hinten liegt noch was. Moment. Das hole ich mir mal. Ich weiß grad gar nicht, was das ist. Hoffentlich irgendwas Gutes. Das. Das. Das war Tuxen. L1 Mark 2. Warum? Naja. Wo war denn das jetzt? Hier lag doch was. Ach ne neue Woche. Ah, was ja. Du bist noch neubes. Sagen. Und ich bin eigentlich hier drin. Oh. Wie ist es schon jetzt? Du hast dir das Loch in die Hände gemacht. Da ist die andere Waffe, scheiße. Naja. Kann ich denn irgendwas upgraden? Meine Waffe upgraden, das wäre so schön, aber nein. Nix da. Du kriegst ja nichts in dem ganzen Scheiß. Implans. Das holen wir mal weg. Das holen wir mal weg. Das holen wir mal weg. Das benutze ich mir. Okay. Level up. Was für Level bin ich jetzt? 40. Noch 5 Level, dann kann ich noch was neues anlegen. Ähm. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hin? Eigentlich da lang. Habe ich noch Zeit? Ja. Bisschen habe ich noch. Guck. So. Komisches Schlauchding. Wappelt rum. Wappelt rum. Wappelt rum. War ich hier schon? Ah ja hier war ich. Kurz. Beziehungsweise bin kurz rausgekommen dann. Guck mal. Ernsthaft? Warum kann ich... Oh oh. FUCK. FUCK. Da lag was. Das hätte ich gerne. Was auch immer das ist. Hoffentlich Heilung. Weil davon hab ich nichts. Das ist gut wie Licht. Nein, nerv mich nicht Frau. Oh, jedes mal muss man auf den Scheiß hier warten. Wabbel, 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 wabbel. Wabbel, wabbel, wabbel. Je, kein Schaden genommen. Jonah Gutenberg. Nice. Jo, bin gesperrt. Lass mich doch wenigstens den Scheiß da hinten holen, Leute. Ne, ne. Dankeschön, was ist es? Heilung! Gute Heilung sogar. Oder bessere Heilung, die ich jetzt hab. Das ist ein... Nice. Sehr nice ist das. So, äh... Der Scheiß weg da. Heilung. Ja. Gut. Du warst tatsächlich Heilung. Sehr gut. Mehr davon, bitte. Hm. Yeah. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, ob da in dem Haus noch irgendwie was war. Ja. Mal schauen. Brief. E-Mails. Ah. Ah. Ah, da kann ich jetzt offen machen. Gut. Gutenberg. Der schon wieder. Der schon wieder. Der. Schlawiner. Lass mich vorbei, Alter. Ich kann das fixieren. Resolve ist die Lösung. Ich muss nur identifizieren, die die Top-Systeme produzieren. Was ist das? Ach, Muxadinol für den einen anderen Typen. Ach, vielleicht muss ich gar nicht hier... hier weiter gucken. Vielleicht muss ich einfach wieder zurück. Ich weiß gar nicht. Muss ich hier was machen? Das war noch mal der dritte Boss. Ja, Pech. Du bist tot. Au. Ach, ne. Am Anfang war... Ah, ne. Ne, die Tür. War ja die. Bei der Frau. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, was ich machen muss. Wo ich hin muss. Vielleicht muss ich wieder zurück. Vielleicht... Muss ich was anderes machen. Ich hätte eventuell mit der Frau erst mal reden sollen. Wo ist denn die jetzt? Verwest. Ganz schlecht. Ja, die Tür konnte ich aufmachen, aber... Die ist ja schon offen. Gut. Okay. Ich könnte natürlich... Gehen wir mal zurück. Geben dem... Einen Typen seinen... Moxie. Und... Und... Nichts. Nichts. Ähm... Komische Kamera. Was? Ah! Der dritte Boss. Da ist er ja. Ja. Also doch. Ich musste doch wieder zurück. Zeug für den Typen hab ich gefunden, ja. Aber es bringt nicht super viel. Ja, da ist der Boss. Die Mama. Oder wie die heißt. Oder wie die heißt. Der berüchtigte dritte Boss. Ja. Den, den man ein bisschen... Schießen kann, wenn man Glück hat. Der braucht aber lang. Ich hab jetzt keinen weiteren Bock zu schauen. Oh. Wo läuft der denn hin? Ah! Das ist aber nicht nett. Der hat sogar was fallen gelassen. Ah, jetzt kann ich da hinten durch. Stimmt. Ist der immer noch am... rumfahren. Meine fressen. Okay. Ups. Die Richtung. Support Link 1. Hallo. Oh. Zack. Wunderbar. Das kann ich jetzt auf einmal aufmachen. Nice. Ah. Das ist jetzt da. Das hier. Oh. Nein. Nein. Das heißt. Ja. Heute ist... Heute ist... Heute bei uns ist vergleichsweise sogar... angenehm... auf jeden Fall... angenehmer... als... als vorher... als die letzten paar Tage. Co. Ja, 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 frau gleich... da ich muss den. Ja, hab ich. Kann man das anlegen? Ja, was ist das? Enhance the senses, making enemies seem to move more slowly at the cost of health. Achso, also Zeit-Loop. Können wir mal kurz ausprobieren. Das kostet natürlich wieder Energie. Kostet nicht nur Leben, ne, kostet auch Energie. So. Ja. Also Zeit-Loop. Die nicht nur Energie kostet, sondern auch Leben. Ganzes Stück sogar. Was für den Arsch. Braucht man nicht. Können wir dem schon geben. Äh. Yeah. Promo-Gal. So much better. Like the ocean on a hot day. Vital injection. Willkommen. Okay. Geil. Session. Ich muss es gehen. Huh? Was? Okay. Keine Ahnung, deine Hilfe. Du hast meine Arsch geschaut. Hier. Du bist okay mit Davy? Ich bin irgendwie auf meine Nerven. Es ist nicht seine Schuld. Schau mal diese Scheiße. Und dann diese... ...drug-implantate. Ich meine, sicher, sie können uns gehen, aber einige Leute können es nicht. Also, was geht's? Du hast nichts gehört? Es war eine Frau, Mallory. Sie hat mich in der Zeit. Man, sie war etwas. Wippsmart. Ich wusste nicht viel, was sie gesagt hat, aber ich hörte alle Worte. Es war etwas über das Bord. Sie sagte, sie hat es herausgefunden. Und dann ist sie weg. Oh. Warte, Hubs. Du wirst, ich werde. Ich mache nichts, wenn ich nicht. Okay. Ich habe jetzt noch mehr. Soll ich besser Heilung bekommen. Da tun wir das mal. Die ganze Zeit beschwere ich mich über Heilung. Jetzt habe ich endlich wieder anständige Scheiße. Okay. Upgraden. Nö. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Ich dachte, ich würde dich nie wieder sehen. Hast du Hilfe gefunden? Ich habe ein Signal nahe der alten R&D-Kompound. Was, wenn Resolve nicht was wir denken? Die Medien historien wurden seit Jahren verletzt. Vielleicht kannst du sie nicht sagen. Krio aktiviert die Atmosphäre, um die Finanzierung zu halten. Oder mein Lieferant, der R&D-Kompound in Orgut. Komm schon, wir sind nicht so stolz. Und nebenbei, der Rest des Welt hätte erinnern können. Ich bin hier auch, Warren. Du schlägst auf die falsche Tür. Aber ich bin sicher, dass die Regierungen der richtig wäre. Ich bin sicher, dass ich das nicht verletzt habe. Ich bin sicher, dass ich es nicht verletzt habe. Warum würde ich die Regierungen zu glauben? Hey, komm mal. Wir haben hier ein paar geniellen Genie. Aber sie sind wahrscheinlich in der gleichen Situation als ich. Stuck in einem Raum. Der ganze Exekutive Forum ist nach dem Event. Wenn wir sie einfach rauskommen können. Ich meine, Gutenberg und die anderen müssen wissen, was zu tun. Gutenberg. Good show, ne? Ja. Und ich dachte, du hast alle Antworten. Ich dachte, wir waren über das. All ich kann sagen, ist, dass es eine Art elektrische Funktion hat durch den System zerbrochen. Ich habe keine Ahnung, wie zu kommen zum Exekutive Forum. Der erste Tag auf der Arbeit, remember? Die offizielle Routen sind wahrscheinlich in der Lockdown. Aber du kannst versuchen, die Ventilations- und Maintenance shafts auf der Ende der Produktion. Die Fabrik und die Regierungen sind da verbunden. Bist du okay? Was ist deine Situation? Ich bin okay. Ich bin einfach in der Exekutive Forum. Als alles begonnen hat, alles in der Lockdown. Ich kann nicht raus. Aber, glücklich, kann nichts in sein. Okay. Ich muss gehen. Ich werde hier, wenn du mich brauchst. Hier. Ich werde hier. 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 Hier.